Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Heute gibt es mal ein Video, was ich schon länger geplant hatte, wo ich dachte, das könnte vielleicht ganz lustig werden. Wir machen Sims-Quizzes. Ist Quizes die Mehrzahl von Quiz? Ich weiß es nicht. Im Titel wird es auf jeden Fall korrekt stehen. Zum einen habe ich hier den offiziellen Sims-Persönlichkeitstest. Dann, ja, hier in diesem Quiz kannst du dann wissen, was Sims 4 unter Beweis stellen. Wie gut kennst du die Sims 4? Also zwei darüber, wie krass ich bin in diesem Spiel. Und welches Sims 4-Pack ich eigentlich bin, weil ich das lustig fand. Wir fangen natürlich hier bei dem hier an und machen den Test. Okay, mein Traum-Dub erfordert einen privaten Hubschrauber-Landeplatz, ein paar Chemie-Kenntnisse, Kontaktfreudigkeit, meisterliche Bulldozer-Fähigkeiten. Also von denen, was hier jetzt ist, würde ich am ehesten das hier sagen. Was würdest du am ehesten tragen? Anzug, Nieten, Besitzer, Kragen, Herz am rechten Fleck, Schutzhelm. Also das hier und das ist schon, das bin ich einfach. Ich habe letztens einen Anzug angehabt, das könnt ihr auf Instagram gucken, das sieht sehr, sehr cool aus. Also, ne? Aber ich glaube, ich würde am ehesten das hier sagen. Wo hättest du am liebsten ein, der ich den möchte? Ähm, excuse me? In einem Heaven House, das ich mit eigenen Händen gebaut habe, in meinem Bett, in der Öffentlichkeit, in einem Raketenschiff in 91.000 Meter Höhe. In meinem Bett ist, glaube ich, ganz okay. Was ist das Tollste, was du im Leben machen könntest? Die Welt verbessern, Technik möchte ich lange mit jedem. Ist das Melody Mondschein? Sachen anzünden, Sims missachten, Simoleons verdienen. Ja, wir verbessern mal die Welt. Welches dieser Emoticons beschreibt dich am besten? Lächeln, böses Gesicht, Küsschen, verschlafen. Küsschen, ja. Mua, ich mache immer mua. Deswegen. Was denken diese Sims gerade? Alles nervt, wir sind fantastisch, alles was wir brauchen ist ein bisschen Liebe. Hä? Hä? Ich finde hä super. Was für ein Getränk wärst du? Diese Frage ist einfach auch eine Mut. Ein Milchshake, ein vor Wut kochender Kessel, ein süßer Smoothie, Schmusi, sage ich dazu eigentlich immer. Wasser denke ich, wie auch immer. Ähm, ein süßer Smoothie, Schmusi, was auch immer, weil ich bin süß. Dieser Mann gibt der Frau eine Kuhpflanze. Warum? Weil er sie liebt, weil sie bei ihm zu Hause nutzlos rumstand, weil das so eine seltsame Pflanze ist. Jeder weiß, dass Milch direkt aus der Kuhpflanze besser schmeckt. Das finde ich jetzt super schwer gerade. Aber ich glaube, ich nehme das hier mit der Milch. Welches dieser Dinge würdest du gerne geschenkt bekommen? Eine Geige, Eintrittskarten für die Opa, ein Sandwich, einen Schlüssel für ein Hotelzimmer. Ein Sandwich ist eigentlich schon ganz geil. Was regt deine Fantasie am meisten an? Universelle kritische Würdigung, sexy Kitzeln, VIP-Bereich, Urlaub auf Balkonien. Gar nichts, aber wenn, glaube ich, am ehesten fast schon das hier. Weil irgendwie, nee, äh, 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 nehmen wir das. Dein Ergebnis, Partylöwe. Hm, naja. Du magst Menschen, die Liebe und gehst gerne auf Partys. Du hilfst allen anderen, sich zu entspannen und aus sich rauszugehen. Hör nicht auf, denn das Leben ist eine Auster und du liebst Austern. Ich fühlte das fast jetzt nicht so zu mir, aber ich find's okay. Weißt du? Ich denke, es gibt schlimmere Sachen, die man jetzt hier erreichen könnte. Dann gucken wir mal, wie gut ich eigentlich in diesem Ziel bin. Es gibt das Accessoire-Pack Schule. Das ist definitiv falsch. Es gibt mehr als acht Erweiterungspacks. Das kommt drauf an, wann das rauskam. Wann kam das? Vierter, vierter, zwanzig, zwanzig. Ähm, da kam nachhaltig Leben noch nicht und es müssten dann acht sein. Also gibt es nicht mehr als acht, aber mittlerweile schon. Es gibt Mots, womit das Spiel echter wirkt. Ja. Es gibt keine Cheats. Also es gibt Cheats. Männer, Frauen und Frauen können zusammen Kinder machen. Ja. Im Pack Hunde und Katzen kann man Mischlinge erstellen. Auf jeden Fall. Es gibt ein Jahreszeitenpack. Ja. In Sims 4 kann man den Hintergrund des Sim-Handys ändern. Ja. Man kann einstellen, wie lange die Sims leben können. Ja. In Sims 4 kann man maximal zehn Haushalte erstellen. Nein. Das wäre richtig krank, ey. Ich würde komplett sterben, wenn das passieren würde. Neun von zehn, richtig? Was? Was habe ich denn falsch gemacht? Oh mein Gott, ich kann nicht sehen, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht doch das mit den mehr als acht. Ich weiß es nicht. Irgendwie verwirrt mich das gerade. Aber ich bin besser als der Durchschnitt. Das finde ich gut. Dann nehmen wir das nächste. Wie gut kennst du die Sims 4? Denn ich bin hier, ich möchte herausfinden, bin ich Sims-Profi oder ja nicht so, ne? Wie heißen Bob und Eliza mit Nachnamen? Pancakes. Das ist easy. Welche Grundstücksgröße kommt nicht mit dem Basisspiel dazu? Oh shit, das ist schwer. Aber ich glaube 50 mal 40, oder? Oder 40 mal, ich glaube 40 mal, oh, das ist schwer. Das müsste es, glaube ich, geben. Ich sage jetzt mal das hier, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. In welchem Jahr wurden die kleinen Kinder in das Spiel hinzugefügt? Es müsste 2017 gewesen sein, weil da bin ich gerade dazu gestoßen zu Sims 4. Und da kamen auch Vampire raus, glaube ich, ne? 2016 war, glaube ich, das Jahr, wo die Gender-Identitäten reinkamen. Bei welchem Accessoire-Pack durfte die Community mitbestimmen? Waschtag-Accessoires, das weiß ich. In welchem Monat kamen die Sims 4 Moschino-Accessoires raus? Ach du Scheiße, als ob ich das noch weiß. Oh, das ist ein bisschen lange her. Ja, oh je. Ich habe gar keinen Plan. April? Aber August doch nicht. Letztes Jahr August? Da kam doch nicht was anderes raus. Also, entweder das, also eins von denen dreien. Ich sage jetzt einfach April, ich habe gar keinen Plan. Welche Familie kommt nicht durch das Basisspiel dazu? Traumtänzer, Grusel, Spencer Lewis, Landgrab. Traumtänzer. Das kann ich natürlich mit. Großstadtleben? Wie heißen kostenlose Inhalte aus dem Internet, die nicht von EA unterstützt werden? Custom Content? Ist das falsch geschrieben? Ach, warum? Das finde ich nicht gut. Das ist ein bisschen Professionalität hier raus. Aber cool close, custom close und come closer ist auch okay. Ist doch geil, oder? Welche Inhalte gibt es noch nicht für die Sims 4? Pferde. Braucht man Internet, um in die Galerie zu gehen, beziehungsweise sie zu benutzen? Auf jeden Fall. Welches Feature gibt es nicht in an die Arbeit? Zur Arbeit begleiten, fotografieren, ein OP-Gerät, Verletzungen bekommen? Müsste das hier sein, weil es gibt OP-Gerät, fotografieren konnte man. Ich glaube, das kam ja dann später als normales Update noch dazu. Aber, und es wurde ja in Moschino-Accessoires nochmal überarbeitet, aber ich glaube, das erste Mal fotografieren konnte man bei EA an die Arbeit. Und zur Arbeit begleiten ist ja das Hauptfeature von dem Pack. Deswegen müsste es das hier sein. Okay, wir gucken mal. 8 von 10. Oh. Kann man nachgucken, was ich falsch hatte? Ja, 64 mal 64 wäre es tatsächlich gewesen. Und? Was war noch falsch? August? Das kam im August? Ohne Witz! Ich kann mich daran nicht erinnern. Das ist schon ein Jahr her dann, ja. Wow. Naja, aber ich finde, das waren auch echt schwere Fragen. Und den Rest, den habe ich ja hinbekommen, ne? Deswegen, das ist schon gut genug, finde ich. Wow, du bist schon fast ein echter Sims 4-Profi. Bis auf ein paar kleine Fehler, die dir eingestichen sind. Hast du alles richtig? Was stand hier endlich? Profi, mehr kann man nicht sagen. Ach, wenn ich eh schon Profi bin, kann ich jetzt ja auch genauso wie Niko Sims-Profi in die Titel schreiben. Obwohl Niko definitiv kein Sims-Profi ist. So oft, wie er Mental Breakdowns hat in seinen Videos. Aber ich auch. Deswegen darf ich ja auch kein Profi sein. Oder wir sind beide Profis und es ist normal, dass er Mental Breakdowns hat im Spiel. Okay, jetzt würde ich gerne noch herausfinden, was geht hier ab? Was bin ich für ein Pack? Okay, was mache ich, wenn ich gelangweilt bin? Mit Tieren spielen, malen, die Sims 4 spielen oder mein Haus umdekorieren. Also von denen am ehesten spiele ich dann Sims 4. Was ist am wichtigsten für dich? Erfolgreich sein im Leben, Geld, glücklich sein, entspannen. Ja, glücklich sein schon. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün, schwarz, blau, pink. Jetzt von denen würde ich, glaube ich, am ehesten blau sagen. Was ist deine größte Angst, nicht akzeptiert zu werden, Hunde, Insekten, gestresst sein? Also theoretisch habe ich Angst vor allem, deswegen, also so generell im Leben. Hunde sind toll, Insekten habe ich jetzt nicht so krass Angst. Also ich finde es ja immer nur eklig. Also das hier passiert eh, aber dafür habe ich jetzt nicht unbedingt Angst. Deswegen würde ich am ehesten das hier sagen, denke ich. Was motiviert dich? Meine Freunde, soziale Medien, meine Umgebung, meine Familie? Kommt halt darauf an, wofür, aber ich denke, am ehesten ist es das. Aber das wäre halt dann eine Kombination aus meinen Freunden und Social Media. Also deswegen würde ich am ehesten Social Media sagen. Was für eine Pizza magst du gerne? Veggie, irgendwas mit Kruste, nur Käse, Peperoni. Peperoni ist Baby. Und ich bin, ähm, werde berühmt. Du arbeitest hart für das, was du tust und du versuchst, immer das Beste zu erreichen für deine Ziele. Übersetzung, so frei ist immer nicht so mein Ding, aber ja, genau. Ich komme schon hin. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich werde berühmt wäre. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Pack und das heißt, ich bin auch ein guter Mensch, oder? Ich bin komisch, aber ja, so kennt man mich, ne? Was ist dieses Video? Diese Idee war, ich weiß nicht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hier aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zuschauen. Aber keine Ahnung. Wenn ja, dann supportet doch dieses Video, supportet diesen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!